Moin moin, liebe Zuschauer, ich bin heute mit Anja Christina verabredet und wir sind hier am Kaltommer Watt nicht nur umgeben von einer wunderbaren Landschaft, sondern auch von tollen handgefertigten Sneakern und Boots und die hast du, liebe Anja Christina, designt. Und ich würde gerne wissen, wie war der Weg von der Idee bis zum fertigen Schuh? Moin moin, Antje, schön dich zu sehen. Ja, du kennst es sicher auch, du bist viel unterwegs, den ganzen Tag auf deinen Beinen und das, was fehlte, waren bequeme Schuhe. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, ein eigenes Schuhlabel zu gründen. Bei meinen Designs handelt es sich zum einen um Stickereien, die in meinem Kopf entstehen, die ich zu Papier bringe und die dann in Handarbeit auf die Schuhe, auf das Leder gestickt wird. Bei den Materialien, wie zum Beispiel hier auf meinem Stiefel, handelt es sich um Hightech-Qualitäten, die imprägniert sind, die du bei Wind und Wetter tragen kannst und um sehr, sehr feines, aber strapazierfähiges Leder. Zum Beispiel sieht man bei den türkisen Boots die Krokoprägung, aber ich gehe mal davon aus, dass kein Krokodil für deine Schuhe sterben muss, oder? Absolut nicht, nein. Ich lasse dieses Leder prägen, nach meinen eigenen Designs. Anja Christina, erzähl mir doch bitte, wo kann man denn deine tollen Sneaker und Boots einkaufen. Ich habe einen Online-Shop mit der Adresse acv-hamburg.com und ich lade euch herzlich ein zu einem Bummel durch meinen Shop und ihr findet als Neukunden ein zusätzliches Neukunden präsent. Also seid gespannt, viel Spaß. Weihnachten und Nikolaus steht vor der Tür.